einen wunderschönen guten tag heute ein kurzes feedback zur corona krise die immer noch ist ja unsere clubs laufen wieder wir können wieder vernünftig trainieren mit natürlich gewissen abstandsregelungen und gewissen maßnahmen die wunderbar funktionieren ich freue mich dass ihr endlich wieder da seid ich freue mich euch sehen zu dürfen ich freue mich auch dass gewisse orthopädische beschwerden auch wieder zurückgehen das hört man so wenn man mit den ein oder anderen redet ja ich finde es auch gut dass wir endlich wieder unser immunsystem stärken können und dass wir uns einfach treffen sehen ein bisschen reden nicht immer über corona gibt ja auch noch andere themen ja im großen und ganzen es ist noch alles ein bisschen zurückhaltend manche menschen haben auch noch ein bisschen angst ist ja klar das ist alles nicht so ohne weiteres wegzustecken aber so langsam wird es besser und die normalität kommt langsam immer wieder ja dann wollte ich euch bescheid sagen für die die noch keine beitrags zurückerstattung bekommen haben oder sich darum noch nicht gekümmert haben einfach am service bescheid geben name abgeben der club manager meldet sich dann und der redet damit euch und schaut was man dafür eine individuelle lösung für ihn findet in form von beitragserstattung und gutscheinen supplementen freikarten je nachdem ja also bis 31 7 einfach bescheid sagen vorne und dann meldet sich der club manager für alle die das nicht machen nicht wollen nicht müssen wie auch immer haben wir ein kleines dankeschön kreiert so ein t-shirt designt das möchten wir euch dann halt geben die deshalb möchten und einfach dazu auch am service kommen bescheid sagen welche größe man möchte ja wir haben s m l xl wir haben schwarz und weiß was auf dem t-shirt drauf ist werde ich noch nicht verraten ist auf alle fälle sieht gut aus das extra design ist eine limitierte auflage kann man auch nicht kaufen oder gibt es dann auch nie wieder ja bis zum 31 bescheid geben wir bestellen die dann alle und dann werden die so zum 15 august bestimmt da sind dann können wir die auszahlen und dann freue ich mich den ein oder anderen mit dem t-shirt zu sehen wie er damit trainiert oder draußen zur straße und spaziert ja wie auch immer also bis jetzt sieht es alles gut aus ich hoffe euch geht es auch gut ich hoffe ihr seid fleißig und trainieren habt spaß wenn ihr noch irgendwas braucht ihr könnt es auch in den kommentaren schreiben oder einfach am service bescheid geben ja dann wünsche ich euch einen schönen tag dann sehen wir uns heute im club oder wieder hier